Hier in der Tenensuite hat man halt einen großen Balkon-Händermatte und ein kleiner Tipp, wenn man ganz vorne ist, kann man hier auch mal an einpacken zuschauen. Dann kann man direkt auf die Brücke kommen, ist mal ganz, ganz vorne. Ich finde jetzt die Tenensuiten, die großen Suiten finde ich jetzt besser als die Hine und Meersuiten. Die ist halt auf zwei Etagen und hier hat man halt separates Wohnraum, separate Toilette. Hier haben wir die Tenensuite, 54 Quadratmeter. Eine ist hier jetzt auch keine. Hier sieht man dann den schönen und das Bad, das alles hat einen schönen Kosmetik-Spiegel und halt einen ganz großen Flitzgrün. Das finde ich halt auch ganz toll. Und man kann raus und kann sich in die Händermatte legen. Das finde ich am allerschönsten. Und eine begebbare Kleiderschrank. Das ist für viele ganz wichtig.